Servus Leute und recht herzlich willkommen zurück zu GTY City. Wir haben jetzt das Geld beisammen, jetzt wird endlich die Bude gekauft. Ich musste das Rennen viermal fahren, ich habe einmal verloren, ja moin. Weil das Auto irgendwie, ähm, ne, buff und so. Ach, es kostet noch 120.000, ja, leck mich da am Arsch. So. Du brauchst einen Drink, Sweetheart? Nicht worry about it. Ich bin tot. So, servus, ihr seid alles mein Eigentum hier. Oh, was? Tommy. Hey, Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe van. Oh, all right. Well, let me think. Safe, safe, safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Immer ist mein Auto weg. Das gibt's doch gar nicht. Aber ich hol mir das jetzt schon zum achten Mal. Mann. Wir sollen irgendwen aus dem Knast holen. Hey, das ist das erste Mal, dass wir Motorrad fahren, ne? Fällt mir irgendwie gar nicht. In PUBG bin ich auch richtig gut. Nicht. Was die gleich alle verwachen haben. Ich will ich den jetzt heraus. Hier ist ein DEM, 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 DEM. Ohne Magnetkarte für die Tür. Kriechen die her. Aha. So, Magnetkarte ist da. Wir gehen einfach mal ins Polizeirevier hier und knacken einfach mal kurz auf hier. So. Nur weg hier. Hallo, hallo, hallo. Jetzt ist der gestorben, du Inzucht, Fritz, Alter. Mann. Ja, moin. Alter, lauf doch. So, kein Entkommen. Kein Entkommen. Meine Fressi hier. Wie die Geier, Alter. Schmutz. Aber wieder keine Waffen, Alter. Es ist da zum Kotzen. Wie die Geier stehen zu voll der Tür, Alter. Instant weggeholt. Dreckswad-Team hier. Speicher jetzt erstmal hier, bevor ich hier nochmal zehnmal das Rennen fahren muss. So. Die Karre geht natürlich nicht weg, ne? Warum auch? So, wir haben keine Waffen. Sympathisch. Man kann es unterhalten. Hey, get'em. Nein. Warte, das machen wir jetzt ganz elegant. Pass mal auf. Ich kenn mich ja in dieser Stadt aus hier. Das ist wie meine Westentasche hier. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Das machen wir jetzt wie folgt. Verdammt, Mann. Wo war denn der scheiß Paint Spray? Ganz unten. Okay. Ich bin unschuldig. Ja, Alter. Guck mal, cool. So, gar kein Problem hier. Gar kein Problem. So, dann fahre ich jetzt erstmal hier hin. Hole ich mir jetzt erstmal das da. Alles gefixt. Warte, 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 warte. Ich denke, ich schaue so. Was zum Fick macht der hier eigentlich? Die Waffen spawnen natürlich wieder weg. Aber wir haben alles unter Kontrolle hier. Dann holt man sich erstmal hier diese Waffe. So. Gar kein Problem hier. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. So, wenn wir jetzt eh gerade hier sind, können wir uns dann nochmal gerade hier das hier holen. Ja. Ja. Jetzt habe ich doch nicht die Schlüsselkarte. Meine Fresse. So, Schlüsselkarte check. Komm, knarre her, brauchst du eh nicht mehr. So, du mitkommen, Kollege Schnürschuh. So, verlasst euch Zeit. Jetzt muss ich kurz spektaten hier. So, komm, Günther ja auch, hopp. Wo sind schon wieder mein Auto hin? Komm, rin. Das ist Cobra 11. Du musst da jetzt wieder fahren. Ja, da hätte ich mich auch hingelegt. Diese Lenkung, Alter. So, easy. Ja, kein Problem hier. Ja, so, jetzt fahren wir den Spinne mal kurz nach Hause hier. Keine Ahnung, wo der wieder wohnt. Bitte geh aus links und so. Ach, da vorne direkt. Ja, Moin. Ich werde einen Job machen und du bist mein Sicherheitskracker. So, tschüss. Irgendwie ziehen wir jetzt den Job durch. Es gab 1000. Allein die Munition war teurer als 1000. So, jetzt fahren wir wieder zum Malibu-Club. Sind nicht mehr viele. Sind bald fertig. Mensch, ein Skinner hier. Ey, die Karre ist der letzte Mist. Ohne Witz. Hallo! Servus! Grüß dich! So. Jetzt fahre ich hier und hier und da. So. Der weiß jetzt einen scheiß Krankenwagen, der spawnt nicht weg, ne? Aber wenn dann übelst die geile Karre steht, die spawnt natürlich instant weg Ich würde kurz hier speichern, aus Gründen Wir brauchen einen Stick-Up-Man, du kennst du einen? Hey Tommy, 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 das was dich hält, Mann, wuuuuh Ich könnte dein Stick-Up-Man, Stick-Em-Up, Stick-Em-Up Du bist nicht ein Stick-Up-Man, du bist ein Idiot Du hast dir einen Drink und schluss Hey, komm aus meinem Weg Ja, 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 oh, oh, oh Relax Cam, was du denkst? Well, der beste Schilder in dieser Stadt ist ein Mann named Cassidy Ist das so? Ja, ein Militärer, oder denkt er, er ist Ich wüsste, er war niemals in der Armee, aber er weiß sicherlich, wie er an der Schilder Er wird unten in der Schilderrande